Hey Leute, willkommen bei einer neuen Folge von Little Nightmare 2. Ja, wir haben unsere Freundin wiedergefunden. Die scheint wohl ein bisschen sauer zu sein, weil wir auf die Spielur gehauen haben. Ja, im ersten Part sind wir jetzt entkommen und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, nicht so schlimm wie vorhin. Oh. Oh. Ups Kann ich die Axt auch nehmen und gleichzeitig rufen? Nein, ich hab die Axt auch. Mal überlegen, mach ich das am besten. Am besten musst du schon hier rufen, ne? Echt? Das war's jetzt? Hey! 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 Oh. Der war gut. Ich glaube, das wartet noch nicht. Mal abwarten. Hey! 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 Ich würde dasselbe spiel noch mal. Okay, dann noch mal was wir jetzt. Ja, das ist halt rum. Da liegt meine Axt. Au, ich habe mich gar nicht gesehen. Oh, die Axt nicht nehmen. Die Axt? Achso, die ist kaputt. Mist. Ja, dumm ist glaube ich. Lieber dumm. 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 Oh Gott. Falt die Tasse gerückt. Ganz in Ruhe. Oh, steh auf. Und hier hoch. Egal. Echt? Okay. Okay. Wird ja ganz füß sein. Und schon hier raus. Ah. Okay. Die ist schneller geworden. Und hier. Hm. Ich werde die Taktik mal probieren. Nehm. Ich brauche diese verkackte Axt. aus. Hm. Braucht er nicht lange. Okay. Das war wieder falsch. Hm. Problem ist. Papier braucht ihr am längsten, ne? Taktik mal kurz. Warte ich denn? Ich werde hier gewinnt. Warte ich denn? Warte hier. Den Türen wird hier am längsten. Taktik mal kurz. Als schneller. Schnell. das müssen... was? Hetzend Wichtig, ich prob erst mal die Axt. Na, warte mal. So. Boah. Nicht einfach. Oh Gott. Quatsch. Wird ich irgendwie derzeit schaffen? Alles weit rum. Oh Gott. Hab Gnade mit mir. Wirklich jetzt mal ganz radikal. Serie erstmal schön. Oh Gott. Aber ich hab die Axt wenigstens einmal angefasst. Oh Gott. 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 Echt durch die Leute. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm, 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 komm. Komm. Oh Gott. Ja, 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 ja. Jawoll. Jawoll. Oh, komm. Letztes Mal. Wenn da die ganze Macht drin ist. Okay. Mit Soda sind ich bestimmt wieder nochmal schreien. Komm, komm. Ja, ja. Na. Ja. Ja. Oh Gott. Ja. 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 Ich bin mir administriert. Oh, sie ist wieder klein. Haben wir sie gerettet? Äh, ja. Gibt wieder kein Ich, schon zu weit weg. Oh, was ist das? Viel zu langsam. Jetzt hab ich's nicht mehr. Komm. Sag ich's doch. Ich einmal dahin geblieben bin. Der Blob. Das Problem ist, der läuft immer gekriegt, wenn du über was hoch gehst. Da. Oh mein Gott, ey. Fängt grad schon wieder an. Nerv. Kann ich einfach so drüber springen? Jawoll, geht. Jetzt bleib ich da hängen. Echt. Oh, bleib mal weg von der Tür. Und springe. Ich springe nochmal. Und natürlich nicht. Ach Gott. Ja, was ist denn jetzt wieder Problem? Oh Gott. Ah, okay. Ich verstehe. Länger auf dem Stein bleiben. Ah, echt. Gott. Gut. Ein bisschen warten, ein bisschen warten. Weiter. Komm. Komm, 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 komm. Ja, super. Die wartet ja echt lange auf mich. Weiter. Ah, komm. Was sind jetzt? Oh, komm. 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 Eucht jetzt? Oh- Komm. Bis zum. Bis zum nächsten Mal. 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 Okay. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.